ich wünsche allen einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zu minecraft genau so ja das immer wieder da stehen ja noch im npc-dorf sind hier über die dächer gesprungen ich glaube da hinten war das pferd wir hatten allgemein ein bisschen was erreicht warum nicht hatten uns hier noch ein bisschen eine dorfbewohnerin gerecht hatten in der truhe und wollten heute jetzt beziehungsweise jetzt an dem tag mittag ist es noch hier in minecraft noch ein bisschen weiter ziehen hat man auch was im ofen nein auch die truhe müsste eigentlich noch ganz genau gelassen aussehen das passt schon und erfahrung die nehmen wir natürlich mit und hier ist eine höhle oder kommen wir lassen euch mal ein lichter ein nicht dass ihr daran denkt dass hier eine höhle ist die band pc ist so mit dem teil erledigt ja voll das sniper skelett headshot headshot nein und da liegt auch noch erfahrung und zum wie vielleicht und villager die erfahrung nehmen auch noch mit das noch eine spinne aber mehr spinne wollen wir jetzt effektiv nichts zu tun haben denn unsere devise ist es ja weiter 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 du den hier ich nehme natürlich auch mit so fährtchen so und weiter am rand des bioms entlang wollen natürlich erkunden nach wie vor unser ziel was ist denn unser ziel meinst du überhaupt richtig ich glaube ja ich glaube wir sind in diese richtung gerannt doch oder oder bin ich jetzt falsch haben wir das doch von der seite gesehen ne von der anderen schon von der anderen seite genau wir wollen ja hier am rand des bioms lang das bedeutet wir werden auch mal in die entgegengesetzte richtung unserer kompassnadel gehen müssen ganz einfach aus auch aus der tatsache heraus weil es sonst nicht anders da hinten brennt das stimmt wieder laber nicht anders geht ich will jetzt eigentlich nur die ebene durchsuchen gucken ob drumherum irgendwo ein dschungel ist weil den suchen wir seit geraumer zeit und dann mal gucken dass wir das dann auch mit nach hause gehen machen also ich habe da immer noch keinen wirklichen plan das ist bin ja ein bisschen noch ratlos könnte man sagen eine minecraft welt die hat halt auch ihre probleme mit dem pferd weil das einfach mal anscheinend zu schnell ist ich weiß es nicht dann lädt die minecraft fällt immer nicht nach aber das ist wir können sich aufs pferd schieben schuld ist das pferd und kanada kann aber sowieso an allem schuld nein natürlich nicht aber kleines aufpark referenz an der stelle die darf mir erlaubt sein die möchte ich mir jetzt einfach erbitten dass die erlaubt ist ja okay hier geht es wieder ins bergbiom das bedeutet wir haben glaube ich jetzt dann abgeschlossen einmal drumherum das erkundet weil aus dem bergbiom kamen wir glaube ich sogar oder ja doch die großen berge mit mit den tannenwald sie kommen mir sehr bekannt vor muss schauen oder oder da sterben wieder pferde weil wegen pferd und so wieder einmal was das denn für ein krater ne aber ich glaube wir sind jetzt einmal drumherum haben soweit alles erkundet schade 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 schokolade dann suchen uns hier einen schönen übergang den hier zum beispiel ich meine wie war das jetzt überhaupt schlau hier rüber zu gehen ich glaube nicht ich glaube wir können uns gleich wieder einen übergang suchen weil wir ja eigentlich auf diese seite obwohl die flüsse diesen ach die sind so komisch in minecraft manchmal ich weiß es nicht gut also weiter in richtung schwarzer kompassnadel denn hier gibt es leider nichts mehr zu sehen das ist echt schade muss ich sagen finde ich ein bisschen doof ach man diese ewigen lexel das war doch jetzt mindestens eine sekunde wo die welt nachgeladen hat okay also durch den wald will ich eigentlich gar nicht gehen stelle ich gerade fest ich will gar nicht muss aber anscheinend so hier müssen wir auch gleich mal rüber weil wir hier gerade die gelegenheit dazu haben und wald 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 ich suche mir mal eine andere stelle wo nicht so ein blöder wald ist nicht so ein blöder wald vielleicht ein anderer blöder wald und nicht so einer wo wir dann sozusagen da das land durchqueren können hier ist alles schon wesentlich smoother weil da hinten auch das npc doof ist und äh ja also das sollte passen herr minecraft hat eigentlich gespeichert das das dann haben wir ja extra geguckt und ob die fein ist auch drauf hier da mit zoom und alles aber irgendwie ist minecraft manchmal doof so das pferd ist einfach runtergefallen aber das ist nicht schlimm das hält das aus kann man fast schon wieder pennen gehen ne wahnsinn oder warum hat man hier eigentlich schon ein bettchen irgendwo hat man jetzt hier überhaupt schon niedergelassen ich weiß es jetzt gar nicht mehr hallo erstmal in die häuserchen reingucken ich glaube wir hatten uns ja noch gar nicht niedergelassen ne au blödes pferd blödsinn ja dann nehmen wir doch gleich hier die wunderschöne butze bauen uns hier dann nochmal ein und dann können wir am nächsten tag in diese richtung hier losziehen ich denke das ist auch eine variante warum nicht so so die steinchen weg so und nein und erst ein bett bauen dann ausnehmen so schlafen können wir sowieso erst nachts du 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 aber es wird gerade schon dunkel ja eben hoppala ja da habt ihr ein extra ding hier zum nur rumgucken es wird doch schon dunkel warum kann ich nicht schlafen was soll denn das ah jetzt gehts gut einmal gut nächtigen ich weiß schlafen kann man nur wenns dunkel ist aber hey so und dann können wir frisch ans werk gehen neues tageswerk sozusagen du 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 Pferde überall, aber nicht die Schönen. Nicht so Schöne mit Rüstung, so wie unseres. Ja. Hier ging es ja auch noch lang. Kann ich mich da noch dran erinnern? Ich weiß es gar nicht. Ich versuche es gerade, es ist aber nicht so leicht. Ja, egal. Hä? Wieso zeigst du den jetzt noch da? Bist du doof? Da geht die Ebene aber auch noch lang, ne? Vielleicht ist hier unser langer Seh in der Dschungel. Minecraft, du machst mir gerade Hoffnung. Du machst mir gerade Hoffnung, Minecraft. Das finde ich nicht okay von dir. Machst du was nicht. Hoffnung aufbauen und die dann eiskalt zerstören. Das ist Minecraft. Wie es leibt und lebt. Immer. Jedes Mal. Tag für Tag. Minecraft. Ja. Aber hier scheint auch kein Dschungel zu sein. Finde ich schade. Finde ich echt schade, dass wir hier immer noch keinen Dschungel gefunden haben. Also wie lange sind wir jetzt unterwegs? Seit der 320. Folge oder so? Wir haben fast 30 Folgen jetzt schon investiert. Nur auf der Suche nach so einem blöden Dschungel. Und haben wir mal einen gefunden? Nö. Hält uns was ab? Nö. Wir machen trotzdem unser Ding. Genau. Einfach nicht entmutigen lassen. Wie bei so vielen Dingen im Leben. Einfach sein Ding durchziehen. Das ist die Devise. Klar kann man sich auch Inspiration, ein bisschen Beeinflussung von anderen gönnen. Keine Frage. Aber im Endeffekt sollte man sich immer selbst treu bleiben und das machen, worauf man selber sagt. Yo. Yo. Und ich sage jetzt yo, denn da ist mehr. Yo. Ist das kacke. Kacke mehr. Noch mehr mehr. Ich hatte gehofft, dass jetzt eine Wüste kommt, aber jetzt kannst du einfach mehr. Oh nö. Ich mag jetzt nicht mehr. Mehr mehr haben. Mehr ist scheiße. Weil dann müssen wir auch das Pferd hier lassen. wieder zu Fuß weiter gehen. Das mag ich nicht. Das mag ich tatsächlich nicht. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und hier bietet sich uns noch ein Schauspiel eines anderen Bioms. Hoppala. Oder wir fallen hier einfach runter. Ist auch cool. Da haben wir Glück, dass es da nicht tiefer ging. So wie hier. Ich hasse das immer, wenn es da irgendwo zwei Blöcke hochkommt. geht und das Pferd dann einfach und dann, au, wir sind schon hängen im Block fesch. Das tut so weh. Das ist voll doof. Mag ich nicht. Aber, ja gut. Passiert ja nicht alle Tage. Höchstens alle Folge. Also, doch. Ja, stimmt eigentlich. Letzte Folge haben wir das auch hingekriegt. Diese Folge haben wir sogar schon zweimal hingekriegt. Okay, es passiert doch öfter, als man sich das denkt. Aber, äh, man kann damit umgehen. Es ist jetzt nichts weltzerstörendes. Höchstens spielerzerstörend. Das ist aber eher so kleinseitig, nicht so serverlastig. Daher, Server mit Öl. Und wir machen halt einen schönen Strandspaziergang. Hallo, ich bin das Moi. Ich lebe lange Spaziergänge am Strand. Und in meiner Freizeit schlage ich Pferde. Was? Hoppala. Nee, Quatsch. Überhaupt, kann man seine Probleme auch ohne Gewalt lösen. Das macht bloß nicht so viel Spaß. Was? Weil ich höre auf, immer so ein Blödsinn zu erzählen. Ja, hier. Wir sind voll der Inselhüpfer. Voll der junge Inselhüpfer. Ne, weil wir hier über Inseln hüpfen. Hihi, lustig. So. Äh. Eben, ne? So. Das Pferd erstmal unter Wasser schubsen. Ne, schön mit Metallrüstung. Das hat ja kein Problem mit. Das ist halt ein absolutes Badepferd. Das schwimmt auch gerne mit Metallrüstung. Kannst du nix machen. Ist halt, ne? Voll das Seepferdchen. Okay, hier geht's runter. Das ist doof. Das ist echt doof. Und das ist ein NPC-Durf. Hm. Was soll ich euren Rat befolgen und nicht mal mit den NPCs handeln? Das... Ja, aber... Ne? Andererseits ist hier eine Schmiede und... Die haben Schafe. Die haben sich scharfe... Die halten sich scharfe? Boah. Voll die zivilisierten NPCs. Was ist da los? Ja, wir gucken mal. Komm, was soll's. Hallo, Schmied. Tschüss. Erstmal will ich gucken, was du da hast. Eisen, finde ich vollkommen okay. Äpfel, ja, Eisenhose. Wir bräuchten eigentlich mal wieder Eisen. Ich stelle gerade fest, wir haben nur noch vier, ne? Ja, hm, hm. Na gut. Für spät... Tageszeitlich ist eigentlich noch ein bisschen Zeit. Also, da wir sowieso jetzt... Wir können eben ein bisschen Kohle andrehen, aber das ist nicht so viel, was wir da auch haben. Ich denke, wir lassen das Ganze und ziehen lieber weiter. Aber wir wissen, dass es hier ein NPC-Dorf gibt. Schon mal gut zu wissen. Schön, schön, schön. Und hier ein tiefes Loch. Da wollen wir auch nicht reinfallen. Hm, hm. Wäre sehr ungünstig. Dann gucken wir einfach mal weiter. Ich weiß, wir können jetzt auch hier wieder am Rand des Bioms langziehen. Aber, wie man sieht, ist da bloß Wasser. Hm. Fallt man da runter? Nein. Okay. Gut. Äh, apropos Wasser. Ich wollte jetzt hier einfach an den Rand des Bioms langgehen. Um euch dieses wunderschöne Meer wieder zu zeigen. Noch mehr, mehr. Und, was ist das hier für ein Konstrukt? Nein. Das Pferd wieder runtergefallen. Das zuckt dann immer so lange noch. So, ah, ich hab mir weh getan. Ah, Hilfe. Hilfe, das tut so weh. So wie bei Family hier, wenn sie da... Ah. 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 Und dann geht das ewig. Und dann zieht er das eine Minute lang durch. Wupp. Voll das fliegende Pferd. Das muss von außen sehr lustig ausgesehen haben. Wenn du jetzt dir das Pferd anguckst, wie es da in der Luft hängt, wird sein Beinchen rumwackelt. Und, äh, da sitzt einer drauf. Und dann passiert einfach nichts weiter, weil das Pferd einfach in der Luft hängt. Hm. Der Anblick muss tatsächlich sehr amüsant gewesen sein. Hui. Apropos Pferd. Hier ist es schon wieder ins Wasser gefallen. Zack. Und, was machen wir hier eigentlich? Warum gehen wir mit dem Pferd in den Wald? Weil da Kürbisse sind, oder was? Nein. Versuchen wir es nochmal. Dankeschön. So. Dann sehen wir wenigstens, bevor wir hier hinlaufen. Und das ist doch schon mal was. Düp 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 düp. Ist das... Nee. Ist das? Nee, ist kein Dschungel. Oh, schade. Oh, ich hab mich grad schon gefreut, du. Ich hab mich grad schon gefreut. Hm. Da ist eine kleine Landzunge. So ein kleiner... Ich hab... Was ist das? Wollte ich mal nachgucken, wie die Dinger heißen. Diese, äh... Sind das nun Fjorde oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Jetzt passt das nirgendwo durch, das Pferd. Das ist einfach zu fett. Viel zu fett. So. Das passt selbst da nicht durch. Ey, Hammer. So. Ach. Komm. Tu nicht so. 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 Alles klar. Nee, echt jetzt? Doch. Ich wollt schon sagen, wie konnte das denn da nicht durchpassen, ey?